Eieiei, hallo und herzlich willkommen zu einer Testaufnahme. Ich teste hier OBS Studio mit einer Einstellung, die ich glaube ich ganz gut finde. Ich möchte nur sicher gehen, dass es hier keine großen Ruckler gibt. Und dass man durchgängig die 60 FPS genießen kann, die ich hier versuche zu erreichen. Das war ein Fail. Das war ein Fail. Ich nehme in meiner Wildschirmauflösung auf und skaliere das ein bisschen hoch auf 1080p. Das ist nicht mehr so krass skaliert wie sonst. Deswegen soll das auch schon deutlich besser aussehen. Oh oh. Oh ho 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 ho. Schade. Fuck it. Fuck it. Fuck it. gg ist es schon vorbei je nachdem wie die testaufnahme war werdet ihr jetzt auf youtube sehen oder nicht mal gucken